Mein Help-Set ist fast alle. Ja, so klar, jetzt können wir alles starten, aber die anderen haben wir ja nicht aufgenommen, also sorry. Hä? Ja, weil du ein Video verweist. Ja, weil du ein Video verweist. Oh, das wäre irgendwie... Ich fänd's lustig, zugleich würde ich aber weinen. Ich fänd's lustig, würde aber auch weinen. Ich würde mein Internet löschen. Oh nein, lass das Internet da. Das Zeichen so unten direkt, das WLAN-Zeichen einfach so wegmachen. Weg. Ich steck um auf Windows XP. Oh Gott, lass das lieber. Boah, ich bin so durch, ne? Auf der Stecklein. Film mal jetzt, wenn man hier irgendwie schon 10 Diät er sich hat. Okay. Ja, das hatte mich auch gerade verwundert. Ach. Na gut, ich kann da eh nicht mitreden. Ach man. Äh, was? Was ist das? Wissen wir nicht, wir sehen's nicht. Wir haben so einen Knopf gedrückt. Und dann kommt so ein Schein raus. Also gut. Ein Geldschein. Parkschein Hasen. Was? Geht's hier. Auf der anderen Seite fehlt das Ding einfach. Okay. Na los, ich möchte noch ein Ei finden. Das Tigger auch noch nicht hat. Ach, das ist voll süß. Aber Quatsch. Wir haben ja noch einen Tag Zeit, Leute. Tja. Meinst du, das wird an dem einen Tag besser werden? Ich seh hier grad nen Namen unter mir durchlaufen in der Kanalisation. Ja, stimmt. Lisa meinte, es sind neun Stück in der Kanalisation. Ja. Also. Lisa meinte, dass jemand das geschrieben hätte, meine ich. Aber ich war wirklich, ich war in dieser Kanalisation und nicht nur in einem Gang. Also ich war wirklich schauen. Ich hab zwar Archery's Raum nicht gefunden, aber... Als ob da neun Stück drin sind. Wie viel fehlen wir denn jetzt insgesamt noch? Anzeige oder Inventar? Inventar. Neun. Ja, sonst wären es wahrscheinlich genau die. Es wären genau die, aber das ist wirklich unwahrscheinlich. Weil ich war wirklich in dieser Kanalisation drin, also... Okay, pass auf, du führst mich jetzt zum Eingang von der Kanalisation. Also irgendwo wo man eingehen kann, dann suchen wir da beide durch. Oh boy. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Dann musst du zum spawnen, aber... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil... In der Kanalisation kann niemals können da neun Stück drin werden. Glaub ich nicht. Glauben ist nicht wichtig. Das stimmt. Irgendwo hier drüben kann man glaube ich da sein. Ah, hier. Ich will auch. Und die kommen nicht da runter? Also die gehen hier bin ich ja schon lang gelaufen. Ja, du kannst hier die Treppen runter gehen. Okay. Also, auf geht's. Ich kann noch einen anderen Gang in die Kanalisation. Dann geh du den ab oder so. Eigentlich geh ich sogar zwei. Nur der eine funktioniert nur, wenn es Mitternacht ist. Ja, Tee, das ist gut. Auch wenn er in Cookie will. Ja, genau. Und es gibt hier auch einen in der Innenstadt. Beziehungsweise auch in der Nähe der Altstadt. Wenn der noch da ist. Und das Schild ist noch da. Da war ich auch noch. Wir sind über Kreuz und es kann doch nicht gut gehen. Wir sind über Kreuz und es kann doch nicht gut gehen. Okay, ich geh mal in die Richtung. Zack, in der Kanalisation gelandet. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir alle hier unten. Ich wette, hier ist einfach nichts. Hört ihr mich? Ja. Ich mein hier in der Kanalisation. Ja. Gut, hier bin ich schon raus aus dem Ostergebiet. Weiß jemand, wo Archeries Raum ist? Im Kreis, glaube ich. Das ist der einzige Ort, der mir einfallen würde, wo ich eins vermuten würde. Irgendwo bei diesem Raum in der Nähe gab es auch eine Schatztruhe, ganz versteckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da reinkommt. Ich weiß halt nicht, wo dieser Raum ist, ist die Sache. Ich auch nicht. Ich bin hier so lange durchgelaufen, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe eine dunkle Gaste gefunden. Hier ist eine Tür. Ja, ich komme nicht durch, weil das nicht klappt, das ist ein Scheiß. Boah, vor allem, wenn jemand von uns was findet, dann müssen wir erst zu demjenigen hin. Ich bin hier auch in... Ich bin irgendwo hier gelandet. LOL. Ich habe die Jail-Cover gefunden. Super. Ist da was? Ne, da habe ich schon geschaut. Warp Jail. Oh nein, jetzt bin ich drin gefallen. Hier sind Shopkeeper, der ein Jail-Bogen verkauft. Und ein Jail-Schwert. Und ein Jail-File. Und ein Jail-File. Und ein Jail-File ist bei mir. Okay. Ich laufe einfach irgendwo hier lang. Ich habe keinen Plan, wo man hier lang laufen muss. Das ist wie ein Labyrinth. Ich mag keine Labyrinth. Oh je, da musste ich niesen. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Aha, jetzt habe ich jetzt zwei Kreuzungen auf einmal. Ich auch. Ich glaube, ich finde die nie wieder raus. Im Zweifelsfall slash spawn. Du kannst diesen Befehl hier unten nicht benutzen. Und auch rum funktioniert. Danke, dass Sie sich vor uns in... unsere Kanalisation entschieden haben. Ja. Wo setzen Sie jetzt hier eine Zimmer? Ich habe eine Passwort-gesicherte Tür gefunden. Ja, sei. Hatte ich vorhin auch. War eine Leiter davor. Ich weiß nicht, wo ich lange laufen soll. Ich glaube, einfach... Hier ist ein Name. Da rennt ein Hase weg. Jetzt ist ein Hase weg. Oh. Da rennt ein Hase weg. Könnte aber sein, weil... Hier ist gerade der Jail-Raum. Nein, nein, das ist Hansi. Hansi Hase. What the fuck? Ich brauche doch nur noch 10 Leute anzeigen. Oh, das ist echt eine gute Sache. Das muss ich wirklich machen. Er wird uns dann helfen, ohne direkt zu sagen, wo was liegt. Einfach nur... Ja oder nein, es gibt da was. Oder es gibt nicht. Da steht jemand. Ein Tiger! Ich habe eine Person hier gefunden. Hi! Wollen wir zusammen eine Zone errichten? Ja. Möchtest du die Seite? Ich bleib' denn auf der. Light war gestern um 13.36 Uhr das letzte Mal online. Das ist fleißig. Der Unschlag trotzdem. Oh nein, Digga hat seine Seite verlassen. Light. Hey, Light. Jetzt sagt er in der Woche, nee, da war nix. Story, wenn ich damit nerve, hast du Poster-Eier in der Kanalisation gefunden. Irre da schon ziemlich lange durch. Ich bin echt gut in den Nachrichten befassen, oder? Ja, der Beste. Poster-Eier in der Kanalisation, oder? Ja, der Beste. 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 Ganz schlechte Idee. Ich bin übrigens beim Jail gelandet. Da war ich vorhin auch. Und er kam... Oh, ich bin wieder da, wo die Kreuzung war vorhin. Gehe ich jetzt mal da, ne? Ganz schlechte Idee. Was ist denn jetzt keine schlechte Idee? Ganz schlechte Idee, was? Magische, wie es sich nur schon hat gesprochen. Am besten wäre ja jetzt, dass wenn hier fallen wären, ist denn hier noch irgendwelche Osterheier auf dich zugeräumt kommen, oder so. Ja. So, da habe ich einmal kurz weggeguckt vom Bildschirm und schon weiß ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin, oder wo ich lang wollte. Super, lass du. Ja. Ach, ich mag die Kanalisationen nicht. Die auch nicht. Kann die nicht so mit Süßigkeiten beschmückt und so werden? Was? Das hilft dir aber auch nicht besser zur Orientierung. Aber die könnten hier Pfeile ranmalen und dann... Da steht der Name drauf. Hier geht's zum Meer. Und hier geht's da lang. Und hier geht's da lang. Warum hat das noch niemand beschriftet? Tige, hast du einen Wollfaden zufällig in der Hand? Wollfaden? Naja, vom... Damit wir den Ausgang zumindest wiederfinden. Oh. Wart ihr erst vergessen? Scheiße. Oh nein. Oh, da schwimmt er gerade. Da oben ist ein Name. Reiseführer. Hurra. Dann bist du direkt unter dem Spawn. Wow. Ich hab ne Leiter gefunden. Mit einem Knopf. Ich könnte hier rausgehen. Und dann würde ich am Spawn rauskommen. Oh. Ach, hier ist doch so weit allein. Na, was machst du hier unten? So bist du bei meiner Zone mitbauen. Oh yeah. Ach, ich bin genau wie der hier, wo wir am Anfang... Och man. Oh, ich bin gerade da, wo... Wo... Genau, ich bin direkt unter Cookieville. Das war nicht der Spawn da oben, die ich gesehen hab, sondern... Ich bin direkt unter Cookieville. Da, wo man wegen der Doppelschatz-Truhe da runter schwimmen muss. Um Mitternacht. Genau, hier beim Brunnen. Och ne. In dem Archivis-Raum kommt man auch nur über die Candalysation und nicht von außen. Ja. Aber ich weiß nicht mehr den Weg Ich sehe den Weg nicht mehr Also ich glaube kaum, dass hier irgendwas ist in der Kanalisation Auch wenn es ein bisschen blöd ist, aber Es wäre ja auch unrealistisch Ich meine, der Osterhase, der geht nicht unbedingt hier runter Obwohl, Archery ist auch ein Hase Bitte waschen Bitte waschen Krieglich, was sagt denn deine Intuition dazu? Weiß es nicht Was? Also gerade in so einem... Äh, wo bin ich hier gelandet? Das denke ich mir auch weiterholt Nein, das würde ich nicht mehr so kommen, wo so Gitter sind Und das, was da sozusagen läuft Dann bist du genau, wie ich eben unter Cookie will Wenn da auch bei dem Eingehter eine Leiter hinter ist Ja Dann kannst du da hochgehen und kommst direkt in Cookie will raus Ja Das ist ein Knopf Okay, aber da will ich ja nicht hin Ne, da willst du genau daraus kommen, wo ich gerade bin Wenn Cookie will Ja, ich wollte ein paar Kekse essen Keksbestellung machen, aber hier ist keine Ich muss mal die Keksdame ansprechen Oder Oma, die hat auch Kekse Warum können die nicht lieber ein Osterei haben jetzt? Ich lebe, ja Ich lebe Weil du der Tiger bist Bin mal da Weil du der Tiger bist Was? Hallo? So, da hab ich jemand auch geklärt. Er hat so eine Biene fliegt auf eine Blume und... Was geschieht mit mir? Was macht gerade Smollard? Er ist irgendwie am allerbesten bei ihm drauskind. Warum sind hier so viele Gänge? Ja. Wir können langsam echt heulen. Jetzt erst! Und warum ist meine Musik schon so scheiße? Findest du meine Pfeilers? Nein. Warte. Ich möchte ein Ei finden. Ich bin schon wieder am Anfang gelappt. Geht nach oben. Ja, hab ich auch gemacht. Ich hatte keinen Nerv mehr für die Kanalisation. Hier, Moment, bin du als einzige Person, dass du das Ganze doch durchhält. Ich bin doch in der Kanalisation. Aber eine Etage drüber. Tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Rüder. Rüden. Rüden, Walder. Was? Was? Wie kommst du denn jetzt da? Hast du denn keine Ahnung? Das ist super, das könnte genauso werden. Das könnte genauso werden wie... Wie spät ist das? Volkzwagen. Hier, hier, hier. Oh. Ich hab so Labi gefunden. Du bist ja bei der Tür. Hier. Ich bin bei der Tür. Und da geht's zu einem Labor. Aber ich weiß nicht, was das Labor ist. Ah, ich kenn das Labor. Das ist richtig lustig hier unten. Und gleich eine Folterkammer. Was? Ich hab das schon mal gefunden. Ich hab das Leben gerade. Was? Was hast du? Die, 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 die. Ernst, irgendwo. Kammer. Ganz unten. Hä? Hä? Ich hab den Channel da nicht geändert. Was? Ich wollt ihn grad in Volkswagen rügen, weil der andere. Richtig lustige Sachen in diesem Labor. Oh Gott, Flugtests. Hilfe. Oh, das sei knapp auch was drüber geflogen. Durch gefallen. Lava Falle wird aktiviert, Raum wird geflutet. Hä? Schreck mich doch nicht. Tocht einfach hinter mir wieder auf. Ja, wenn du keine Lust. Ja, man fliegt. Auch wenn man keine Enytraen hat, fliegt man hier. Hm. Du bist bloß gesunken. Dann schau mal. Nein, jetzt kann er die Falle auslösen. Ja. Okay, weiter geht's. Oh, ich geh grad zurück. Schafe mit verendeter DNA. Da sind keine Schafe drin. Boah, hier haben wir doch krass. Ja, unsichtbar. Wehrkraft-Tests. Also, ich musste circa eigentlich... Warte mal kurz. So lab ich schon. Ähm. Ja, was ist? Ja. Ich muss grad noch ganz kurz rechnen, wie viele... Ah ja, ich hab's schon noch. Okay. Steht auf dem Schild. 180. Der Boden und die Körper... Alter, das ist gut. Also, auf der Anzeige 178. Cool. Dann hast du auch zwei Unterschiede. Oh, das ist cool. Da kann man an der Wand laufen. Wisch. Ich weiß. Ich weiß. Wir haben beide unsere Elytra dabei. Ja. Stimmt. Wir haben gerade den Typen, der mit seinen Elytra in die Lehrerraum gelaufen ist. Hä? Wer macht denn sowas? Ja, weiß ich nicht. Das ist eine schade Idee. Der Typ auch... Da muss man ja blöd sein. Hä? Hä? Hier ist endlich mein Museum. Und da... Gibt's nix. Ich weiß nicht, was Glicklicht meint. Hä? Überhaupt nicht. Hä? Ich doch nicht. Hä? 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 Ich weiß nicht, was die andere Sie sind. Ich weiß nicht. Scheiße.